da dann den Ofen hier hinstellen Cola haben wir natürlich nicht mehr, aber naja noch mal Eisen Eisen haben wir schon durch zwei rein und dann baue ich schon mal weiter Eisen ab und schon haben wir die zwei wieder da ich glaube ich hab jetzt schon was im Kopf ich werde dann soll ich den Spawner zu einem Monster fahren zu einer XP fahren dass sie dann alle da spawnen weil sie auch nur spinnen sind mach ich da noch eine größere dunkle Fläche rundherum damit er auch Monster spawnen und Skelette und alles und dann ein XP fahren vielleicht das wär doch mal was schön Level für Enchantant und so und so oh mal gucken ich muss erstmal wieder heil raus ne ne ich mach jetzt ein Schwert Eisenschwert wie doch sie brauche ich aber aber das bräuchte ich nicht so aber das bräuchte ich nicht so ach und hier ist Kohle ich bin noch so schlau und neben Holz zum Verbrennen wobei ich jetzt hier Kohle habe wobei ich jetzt hier Kohle habe wobei ich jetzt hier Kohle habe ich könnte ja auch Kisten aufbauen ich könnte ja auch Kisten aufbauen 13. Swings boah kann ich ja gleich eine Angel machen und schon was zu essen für Essen sorgen ach ich lass es mal hier ach ich lass es mal hier äh ich glaub ich geh da mal wieder raus 50 ja das ist mal 50 guck mal da ist jemand ein Skelett rauskommt hm du triffst mich nicht du triffst mich nicht du triffst mich nicht na das Perfect schга Okay, und wo komm ich jetzt her? Nee. die war Wow. Ich kann mich doch her. Und wie findet ihr so, dass Ferien vorbei sind? Wobei die jetzt schon seit 2 Wochen verbringen. Mir zumindest NRW. Was, wo? Oh. Hi! Jetzt schießt mich nicht ab. Mmh, mmmm. Ach. Flo... Jetzt geh da mal hier raus. Flo... Spawner... Jetzt geht's an ein Haus bauen. Ist hier eine kleine Fläche? Ist zu klein. Hier mache ich. Dafür kann ich aber auch ruhig einmal Ofen 39 Oh Rechtes 5 5 mal 18 40 Ja, ich kann es ja noch mit der Holzachs machen. Bis die weg sind. Auch wenn es länger dauert. Ich bin das nicht mehr gewohnt so mit der Holzachs. Ich hab sonst immer, wie es mindestens heißen Sachen. Dann mache ich mal Schlußtix. Ach da. So. Iron. Ich muss sonst noch die Holz. Holz. Ja. 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 Ich kann aber eigentlich auch mit der Feinluft schlafen. Oh, das ist das Bett. Nein. Was hab ich das Bett vergessen? Das gibt's doch nicht. Ne, oder? Da. Kisten machen. Schnell. Da. Alles rein. Ich bin klar. Und auf. Hop, hop, hop. Auch schon Loves z말ing an. Das kann ja was werden. Das ist das Display. ich finde ich das ich gehe jetzt hier nicht vergessen so weit war es ja gar nicht ich dachte ich hätte das über ganz unten in der tiefsten Hülle im letzten Loch weil die Kiste war trotzdem nützlich, denn das brauche ich jetzt das nehme ich auch mal mit die nehme ich auch mal mit und und das ganze Holz was ich noch brauche ist um 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 also so 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 das ich glaube das reicht schon so langsam und dann nehmen wir wieder die holzakt ich muss ja andersrum sein so und da komme ich nicht mehr dran